Wölfe gehören zu den gefährlichsten Raubtieren der Welt und können bösartig und gewalttätig sein. Als ein Wolf nach einem Autounfall ein Baby fand, dachte der Vater des Babys das Schlimmste. Aber was dann geschah, schockierte ihn. Leona und Simon lebten und arbeiteten in einer großen Stadt im Zentrum Russlands. Sie hatten aufregende Jobs und lernten sich durch ihre Arbeit kennen. Leona war eine Marktvertreterin für das Unternehmen, für das sie beide arbeiteten, und Simon war im Verkauf tätig. Simon war von Anfang an begeistert davon, wie schön sie war und wie locker und entspannt sie zu sein schien. Leona konnte Simons Charme nicht widerstehen. Schon bald trafen sie sich wieder und wieder, bis sie eines Tages ein Paar wurden. Simon und Leona waren wirklich ein Powerpaar und beherrschten das Geschäft. Sie lebten in einem großen schicken Haus, fuhren Luxusautos und besuchten teure Partys. Sie lebten wirklich das hohe Leben, aber nichts war vergleichbar mit dem Tag, an dem Leona erfuhr, dass sie schwanger war. Sie waren beide überglücklich, dass sie ein Baby in ihre perfekte Welt bringen konnten und ihre Familie erweitern konnten. Gerade als Leona und Simon jedoch wirklich aufgeregt darüber waren, ein Kind zu bekommen, ereignete sich eine Katastrophe. Das Unternehmen, für das sie beide arbeiteten, brach plötzlich zusammen. Es gab kein Geld mehr, was bedeutete, dass alle Angestellten, einschließlich Simon und Leona, buchstäblich über Nacht arbeitslos wurden. Über Nacht war dies ein verheerender Schlag. Es dauerte nicht lange, bis das Paar finanziell nicht mehr zurechtkam und nicht mehr die Partys besuchen konnte. Tatsächlich mussten sie ihr großes Haus verkaufen und in ein kleineres Haus außerhalb der Stadt, in der Nähe des Waldes umziehen. Ein trauriger und schrecklicher Sündenfall, aber man konnte nichts dagegen tun. Leona und Simon mussten einfach damit fertig werden, wenn sie wollten, dass ihr Baby eine Chance auf ein glückliches Leben haben sollte. Also zogen sie in ein kleines, abgelegenes Haus und verdienten Geld mit niederen Jobs. Es war zwar nicht viel Geld, aber sie waren ehrlich und zuverlässig und es machte sie relativ glücklich. Um ein paar Pfennige für Lebensmittel zu sparen, ging Simon in den Wald, um zu jagen und etwas zu essen. Denn es gab viele Rehe und das Fleisch war schön und lecker und reichte bis zu einer Woche. Aber eines Tages traf er auf ein Tier, das er nicht erwartet hatte. Einen riesigen, wütenden, hungrig aussehenden Wolf. Die Bestie starrte ihn durch die Bäume an, doch statt sein Gewehr auf ihn zu richten, bot Simon etwas Unerwartetes an. Er bot dem Wolf den Kadaver an, den er gejagt hatte. Der Wolf schnupperte an dem Kadaver, schaute Simon dankbar an und schleppte das Fleisch in die Tiefen des Waldes. Simon war schon oft in diesem Wald gewesen und hatte den Wolf noch nie gesehen. Es muss wohl eine zufällige Begegnung gewesen sein. Aber es war eine, an die er sich sein Leben lang erinnern würde. Denn er wusste, dass Raubtiere schnell und einfach jede Beute töten konnten, die sie wollten. Aber dieser einzigartige und erstaunlich aussehende Wolf hatte ihn wirklich beeindruckt. Gerade als Simon den Wolf aus den Augen verlor, begann sein Telefon zu klingeln. Es war Leona, die Wehen hatte. Als Simon ins Krankenhaus eilte, hatte Leona bereits ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht. Er war nie glücklicher gewesen, nicht einmal, als sie reich waren und ihr wunderbares Leben lebten. Dieses kleine Mädchen war sein Lebensinhalt und er und Leona würden sie richtig aufziehen. Sie nannten ihr kleines Mädchen Maddie und kümmerten sich in den nächsten Tagen um sie. Aber an einem stürmischen und windigen Tag, als Simon mit Maddie in ihrem Autositz neben ihm fuhr, passierte etwas Tragisches. Ein Baum fiel direkt vor sein Auto. Simon hatte kaum Zeit zu reagieren und prallte gegen den Baumstamm. Das Auto überschlug sich und Simon schlug mit dem Kopf gegen die Scheibe, als das Auto gegen den Baum prallte. Als er aufwachte, wurde er sofort ohnmächtig. Simon war ein wenig benommen und verwürt. Glücklicherweise hatte er keine ernsthaften Verletzungen erlitten und er schaute schnell zu Maddie, um sich zu vergewissern, dass sie auch okay war. Aber sie war nicht da, wo sie sein sollte. Wo war sie? Was war passiert, während er bewusstlos war? Simon kletterte panisch aus dem Wrack und suchte nach seinem neugeborenen Kind. Doch es gab keine Spuren von ihr. Simon griff nach seinem Telefon und rief Leona an und schilderte ihr alles, was passiert war. Leona eilte zu ihm und half ihm, das Baby zu suchen. Aber niemand konnte Maddie finden. Simon weigerte sich, sich von den Sanitätern behandeln zu lassen. Er wollte nur sein kleines Mädchen finden. Doch wo war Maddie? Wie konnte er sie nicht finden? Sie war noch so jung, wehrlos und unschuldig. Es brach Simon und Leona das Herz bei dem Gedanken, dass sie irgendwo da draußen war. Die Polizei begann sofort das ganze Gebiet nach dem kleinen Mädchen abzusuchen. Aber nach einigen Nächten wurde klar, dass Maddie nicht gefunden wurde. Simon und Leona wollten diese Antwort nicht akzeptieren und suchten die ganze Nacht bei Wind, Regen und Dunkelheit. Der nächste Morgen brachte jedoch einige unerwartete Antworten. Anstatt die Straßen abzusuchen, ging Simon in den Wald in der Nähe des Unglücksortes. Er durchsuchte die unmittelbare Umgebung, bevor er sich immer weiter entfernte. In einem besonders dichten Waldstück entdeckte Simon Maddies Kleidung. Er stieß einen panischen Schrei aus. Warum war sie so weit draußen? Die Sachen waren nass und schmutzig, aber es waren eindeutig Maddies Klamotten. Plötzlich hörte er ein Geräusch hinter sich. Ein Krachen und Zischen, als ob ein großes Tier ihn jagte. Als Simon sich langsam umdrehte, stand er einem Wolf gegenüber und nicht irgendeinem Wolf, sondern demselben, dem er eine Woche zuvor begegnet war. Sein Herz sank nicht, weil er um sein Leben fürchtete, sondern weil der Wolf ein Stück von Maddies Kleidung im Maul hatte. Hatte dieser hungrige Wolf tatsächlich das Baby gefressen? Simon konnte den Gedanken nicht ertragen, aber der Wolf wandte sich ab, drehte sich um und ging langsam davon, als wollte er Simon sagen, dass er ihm folgen sollte. Simon hatte Angst davor, was ihn erwarten würde und wieder tauchte diese Gedanken über Raubtiere in seinem Kopf auf. Er hielt die Tränen zurück, als er dem riesigen Tier folgte, aber als er schließlich zu einer Lichtung lief, war er komplett schockiert. Maddy lag einfach auf dem Boden. Maddy hatte feuchte, zerrissene und schmutzige Kleidung. Simon rannte zu Maddy, nahm sie in die Arme, umarmte sie fest und weinte, weil er nicht glauben konnte, dass sie noch lebte. Aber warum war sie so weit draußen im Wald? Nun, was er nicht wusste war, dass der Wolf den Unfall gesehen hatte und das Undenkbare getan hatte. Er hatte das Baby aus dem Sitz gerissen und in Sicherheit gebracht. Der Instinkt des Wolfes als Elternteil war es, das Kind zu beschützen und er hatte gute Arbeit geleistet, denn er hatte das kleine Mädchen am Leben gehalten. Simon sah den Wolf an, der langsam den Kopf senkte. Simon konnte sich nie sicher sein, aber es war fast so, als hätte der hungrige Wolf ihm eine Mahlzeit angeboten, als er sie am meisten brauchte, bevor er zurück aus dem Wald und zurück zu Leona ging. Simon flüsterte dem Wolf die Worte Danke zu. Er würde es nie wieder gut machen können oder zurückzahlen können, aber er würde diese freundliche und unglaubliche Tat nie vergessen. Was haltet ihr von dieser unglaublichen Geschichte? Schaut euch jetzt im Anschluss noch diese emotionale Geschichte an, von einem Elefanten, der etwas Unglaubliches gebar. ist das ganze Leben. wie immer das andere Seite,